Genscher trat 1952 der FDP bei und begann seine politische Karriere. Er wurde 1954 zum stellvertretenden Landesvorsitzenden der Jungen Demokraten in Bremen gewählt. Von 1956 bis 1959 war er wissenschaftlicher Assistent der FDP-Bundestagsfraktion. 1959 wurde Genscher FDP-Fraktionsgeschäftsführer und 1968 zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Partei gewählt. Seine politische Laufbahn nahm an Fahrt auf und er wurde zu einer Schlüsselfigur in der FDP. 1969 spielte Genscher eine wichtige Rolle bei der Bildung der sozialliberalen Koalition. Er wurde Bundesinnenminister in der Regierung von Willy Brandt. In dieser Funktion war er mit der Bewältigung der Geiselnahme bei den Olympischen Spielen 1972 in München konfrontiert. Nach dem tragischen Ende der Geiselnahme wies Genscher dem Bundesgrenzschutz an, die Antiterroreinheit GSG 9 aufzustellen. 1974 wechselte Genscher ins Amt des Bundesaußenministers und wurde Vizekanzler. Er diente unter den Kanzlern Helmut Schmidt und Helmut Kohl. Wohl der Höhepunkt seiner Karriere war die im Allgemeinen Jubel untergehende Verkündung der Ausreiseerlaubnis für DDR-Bürger aus der Prager Botschaft im Jahr 1989. Dieses Ereignis gilt als symbolisch für das Ende des Kalten Krieges und die bevorstehende deutsche Wiedervereinigung. Im Jahr 1992 gab Genscher seinen Rücktritt bekannt. Kurz nach seinem 65. Geburtstag schied er auf eigenen Wunsch aus der Bundesregierung aus. Er war damals Europas dienstältester Außenminister. Genscher war bekannt für seinen pragmatischen und diplomatischen Stil. Er sagte einmal über sich selbst und seine politische Philosophie, »Ich bin ein Mann der Mitte. Ich suche den Ausgleich und vermeide Extreme.« Nach seinem Rücktritt als Außenminister im Jahr 1992 blieb Genscher politisch aktiv. Er war ein gefragter Redner und Berater und setzte sich weiterhin für internationale Beziehungen und die liberale Sache ein. Hans-Dietrich Genscher war ein protestantischer Christ. Er war zweimal verheiratet. Mit seiner ersten Ehefrau Luise Schweizer hatte er eine Tochter. Seit Oktober 1969 war er mit seiner früheren Sekretärin Barbara Schmidt verheiratet. Hans-Dietrich Genscher verstarb am 31. März 2016 im Alter von 89 Jahren an Herz-Kreislauf-Versagen. Nun, soviel zu Hans-Dietrich Genscher und bis zur nächsten Folge von 5 Minuten.